Musik Das Thema Musik, das Thema Tanz, das Thema Kunst in Verbindung tritt mit einer Seminartätigkeit, die die Menschen unterstützt, die Menschen bei ihrer Selbstfindung, ihrem Heilungsprozess unterstützt, ist das eine überraschende, eine spannende und eine sehr wirkungsvolle Kombination, wie wir im Folgenden sehen werden. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Lex, man verbindet mit dir natürlich in allererster Linie das Thema Musik. Musik, jetzt bist du aber viel mehr. Es ist etwas, was weit über das Musikalische und Künstlerische, die Bühnenkunst hinausgeht. Ein Wirken, eine Begleitung von Menschen, eine Seminartätigkeit. Auch bei so etwas stellt sich automatisch die Frage, wie hat sich das entwickelt? Wie wurde aus dem Musiker, dem Künstler, dem Bühnenkünstler ein Seminarcoach, ein Trainer? Ja, danke, dass ich hier sein darf. Es ist eigentlich so, dass ich erst angefangen bin, Seminare zu geben. Ach so, okay. Als ich auf meinen eigenen spirituellen Bewusstwerdungsweg kam, das ist mittlerweile 35 Jahre her, vor 35 Jahren bin ich angefangen, eigene Seminare zu kreieren. Und das war von Anfang an, die Spiritualität zu verbinden, mit Bewegung im Körper zu sein. Weil ich war ausgebildet als Sportlehrer, Sporthochschule. Das war mein ursprünglicher Beruf. Und so war die Verbindung da für mich. Und den Anliegen, in Bewegung zu sein, zu tanzen, war für mich immer sehr wichtig. Und ja, das ist schon vor 35 Jahren her und dann bin ich auf den Weg gekommen, als Künstler zu arbeiten. Erst als Clown und dann mit der Musik. Und ich wollte eigentlich nicht mehr so sehr Seminare geben. Ich wollte eigentlich Künstler sein. Das ist sowieso meine größte Beseelung und Begeisterung. Und ich wurde immer wieder dahin geführt. Immer wieder haben Menschen mir gefragt, kannst du nicht mal mit uns, wir wollen auch lernen, mit Singen, wir wollen lernen Clown. Erstmal habe ich viele Clown-Seminare gemacht, überall in Europa. Und ich kam nicht davon weg. Und ich musste auch irgendwie mein Geld verdienen. Und als Künstler ist das nicht so einfach. Wenn man noch nicht groß bekannt ist. Und in diesem Sinne hat es mich immer wieder auf meinen Weg geführt. Das war so eine Wegführung von Lex. Du musst unbedingt mit einer Gruppe Menschen arbeiten, sie begleiten. Auf ihrem Weg auch. So, ich habe es selbst auf dem Moment, dass ich gedacht habe, ich will eigentlich davon weg. Weil ich möchte Künstler sein und Musik. hat es mich immer wieder dahin geführt. Und ich habe für mich dann entdeckt, dass die beiden einander, das Künstler sein und mit Menschen sehr direkt im Team zu arbeiten, mit Gruppen und sehr tiefe Lebensthemen auch anzusprechen, wie sehr einander das befrüchten kann. So, dass ich in meine Seminararbeit, sag mal, meine musikalische Tätigkeit reingebracht habe und Bewegung mit Tanz und so weiter. Und in meine Konzerte bin ich angefangen, viele tiefe Bewusstwerdungsmomente, die ich selber hatte, durch die viele Arbeit mit Menschen, dass ich viel verstanden habe, wie wir ticken und welche Prozesse alle durchzumachen habe. Dass ich da auch nicht alleine drin bin, wie tief das alles für Menschen ist, wie schwierig das auch sein kann für Menschen. Und das habe ich dann, sag mal, auch in meine Konzerte irgendwie einen Raum immer wieder gegeben. Und so hat meine Konzert- und Bühnenarbeit sich sehr vertiefen können. Und ich habe in diesen Prozessen von diesen 35 Jahren so früh Visionen gehabt, weil ich wollte unbedingt Künstler sein, Bühnenkunst. Das war meine große Begeisterung. Es muss möglich sein, mit Bühnenkunst zu heilen. Ich hatte immer das Gefühl, damit kann man heilen. Und Transformation vorantreiben. Und das hat mich als Künstler immer dann auch weiter, ich wollte, ich habe mich geschult darin, wie geht das? Und darin war die Seminararbeit auch sehr hilfreich und sehr befrüchtend. Ist das eine Seminararbeit, bei der, wir kommen ja auf Einzelheiten, ich sag mal, menschliche Probleme, Konflikte und Ähnliches angegangen und gelöst wird? Oder geht es zunächst einmal ganz auch um das, was man vielleicht zur Essenz der Seele, das, was den Menschen ausmacht, bevor es dann an die einzelnen Blockaden und Traumata, Eltern-Kind-Beziehungen und solche Themen geht? Welche Rolle spielt ganz vorne das, was den Menschen ausmacht? Also die Essenz der Seele beispielsweise? Ja, ich habe für mich diesen Titel gefunden, die für mich sehr treffend ist, Essenz der Seele, weil ich für mich herausgefunden hatte, dass ich eine Fähigkeit habe, um Menschen sehr schnell wahrzunehmen in ihrer Seele, auf ihrer Seele-Ebene. Und dass ich sie auch Fähigkeit habe, um sie irgendwie da hinzuführen oder zu erinnern an ihr Seele-Wesen. So, das war für mich der richtige Titel. Und dann habe ich da natürlich auch einen Text, um die Seminare zu präsentieren, zusammengefunden. Über die Jahre hat sich das entwickelt. Und so kommen Menschen dann zu meinen Seminaren. Viele finden zu meinen Seminaren über die Musik. Sie machen tiefe Erfahrungen in die Konzerte oder über die Musik. Und dann erzählen sie mir, wenn sie dann im Seminar sitzen am Anfang, da frage ich immer, warum bist du hier? Ich habe solche tiefe Erfahrungen mit deiner Musik gemacht. Und ich habe das Gefühl, ich habe dann gesehen, dass du auch Seminare machst. Ich muss mal zu dir. Oder die Leute wollen mich persönlich kennenlernen und mit mir mal sein in so einem Seminar. Und dann erzählen Menschen auch, dass sie viel, die meisten kommen, weil sie auf einem Weg sind, sich selbst zu finden, auf einem Selbstfindungsweg. Sie wollen zurück zu dieser Selbstermächtigung und die Kraft in sich selbst wieder spüren. Ich habe da schon Erfahrungen gemacht und habe dann verstanden, dass sie mit mir da vielleicht weiterkommen können. Und so kommen die Menschen dann zu mir. Du betonst, weil du sagst, die Selbstermächtigung, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen. Und jeder einzelne, ja, jedes einzelnen Menschen. An sich klingt das erst mal selbstverständlich. Ist das in der heutigen Zeit doch etwas, was man betonen muss? Die Einzigartigkeit, die Besonderheit jedes einzelnen Menschen? Ist das nicht mehr so ganz normal? Nein, natürlich kann das Wort Selbstermächtigung noch so verstanden werden. Das kann auch mit dem Ego, kann es noch für sich benutzen. Ich nenne das mal so, weil das Ego, die Persönlichkeit, ist für mich ein Pseudo-Dasein, ein Pseudo-Persönliches Dasein, was sich kreiert hat aufgrund von verschiedenen Sachen. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber, ähm, was war deine Frage? Denn, warum ist, oder ist es etwas Besonderes, etwas Wichtiges mit dieser Einzigartigkeit? Ich möchte das Wort Selbstliebe dazu verbinden. Ja. Und ich meine dann, wenn wir über das Selbstreden, Selbstermächtigung, Selbstliebe, dann meine ich damit unsere wahre Wesen, unsere, die Verbindung mit unserem wahres Seelewesen. Und das ist mehr als nur diesen Körper und diese Person. Und, ähm, und, ähm, und da sind wir in unserer Zeit, oder in vielen, in langer Ära von Zeit, sehr weit von weg gedriftet. Und das wird immer extremer, so wie die, wie die, ich nenne es mal, alte Weltstruktur noch uns in bestimmte Dinge zwingt. Ja, ja, ja. Und, und das empfinden immer mehr Menschen, immer mehr Menschen wachen auf und haben das Gefühl, das kann doch alles nicht wahr sein, wie das jetzt läuft. Und, 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 und viele erleben das natürlich schon in der Schule, wie, dass sie da nicht zurechtkommen, dass sie sich da nicht glücklich fühlen. So diese Einengung in das Erziehungssystem und so weiter, ähm, macht, macht etwas in uns, dass wir uns unglücklich fühlen. Und, ähm, und dann fängt man an, einen Weg zu suchen, äh, vielleicht, bei sehr vielen, fangt diesen Weg erst an nach Krisen, persönlichen Krisen in Partnerschaften oder in der Arbeit und so weiter, oder Krankheiten, Krankheiten, das sind körperliche Krisen, ähm, und fangen, sind die Menschen erst dann bereit, um tiefer hinzuschauen, irgendwie stimmt nicht, und ich, ich möchte glücklich sein im Leben, ist dann oft das Wort, und ich möchte, oder ich möchte, die Menschen sagen oft, ich möchte meinen Seelenweg finden, was mir ausmacht. Und irgendwie ist dann eigentlich die Botschaft von, bitte Lex, helf mir dabei. Ja, und, und das tue ich gerne. Das, ähm, so, ich habe vorher gesagt, dass ich eigentlich nur Künstler sein wollte, aber mittlerweile tue ich das so gerne, so vom Herzen, weil es ist so eine wunderschöne Arbeit, um Menschen begleiten, unterstützen zu können, dass sie mit ihrem eigenen Seelewesen wieder in Verbindung kommen und aus ihrer eigenen Kraft eine Verbindung zum Gott, zum Göttlichen herstellen, das ist für jeden wieder anders. Und das gehört für mich alles zur Selbstermächtigung und der Bewusstwerdung, dass wir eigentlich als Mensch gemeint sind, als Schöpferwesen, als göttliche Schöpferwesen, dass Gott auch in uns lebt. Ja, und wir kommen natürlich aus der Welt, wo die Kirche alles dafür getan hat, um uns gerade davon abzuhalten, ja, das, äh, das, äh, die hat Gott für sich gepachtet und, äh, und das, was eigentlich die Menschen zu sich führt, ist, dass sie Gott in sich und die Verbindung zum Göttlichen in sich finden können. Und die Kirche hat immer gemeint, von, nee, das kannst du nur über uns, oder? Du brauchst den Mittler. Ja, und du, äh, genau. Du bist nur ein kleines, äh, Sündemensch mit vier Sünden. Und Erbsünde und Erbschuld, ja, ja. Genau, und, und sehr viele Menschen wachen da, da, da auf, mittlerweile, freut mich sehr, dass so viele Menschen jetzt aufwachen und, und sagen, van, das kann doch nicht wahr sein und das, 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 das stimmt etwas nicht. Und die, so viele Menschen sind auf der Suche. Und solche Menschen kommen dann auch zu meinen Seminaren. Du sprichst von der Anbindung an die oberste Quelle, an die Schöpferpotenz, die in jedem von uns steckt. Braucht der Mensch nicht auch die Verbindung quasi zu Mutter Erde? Braucht er nicht auch so etwas wie eine Erdung? Absolut. Und das ist, das ist gerade, was ich die Menschen dann auch vermittle. Das, da sehe ich auch meine wichtigste Rolle für mich, die Menschen deutlich zu machen, dann, dass das, was ich erkannt habe, dass alle Menschen, über die ganze Welt, alle Menschen haben irgendwie bewusst oder unbewusst in sich den, den Drang, den Bedürfnis, ihr Seelenwesen, ihr Seelenpotenzial, das wesentliche Potenzial im Körper vollständig hier auf der Erde zum Ausdruck zu bringen, auf ihre eigene, einzigartige Weise. Und hier auf der Erde, verbunden mit der Erde, und unsere Seele sehnt sich danach, um ganz in dem Körper anzukommen, um sich dann zu verwirklichen. Und das heißt, bis unser Seelenwesen bis im ganzen Körper, bis in den Zehen, sozusagen, ankommt und dann wirklich sich ausdrücken kann, auf seine eigene Art. Und die Menschen fühlen diese Sehnsucht, aber sie fühlen auch, das kann ich nicht mehr. Und woran liegt das? Und das, diese Erdungsarbeit, die ist im Körper, so dass im Körper, sag mal, ein Tempel für unsere Seele sein sollte, so sollte es eigentlich sein. Und dass sie das wieder werden kann, weil, meine Beobachtung ist, ist, dass die meisten Menschen nicht mehr wirklich geerdet sind. Wir sind so verkopft, so im Radio, und so viel läuft da ab, und hier wird alles kontrolliert, und es ist nicht mehr die Verbindung bis unten zur Mutter Erde. Sue! 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 Su! Ah-ha! Yeh! Oh, no, no, yeh! Yeh! Ah-ha! Oh-ho! 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 Silder! Su! 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 Ho-ho! Ho-ho! Jiggle! 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 Ah-ha! Hey-hey-hey! Ho-ho! Jiggle! Sit! Ho-ho-ho-ho! Ho-ho! Ooh-ho-ho! Ho-ho-ho-ho! Doh! There he is! Jo! Doh! fishing! Something Ones Uh-ho! Hallows! Ich treze. So, in meiner Arbeit ist die das Bewusstmachen. Ich lasse die Leute in Bewegung erleben, wie man sich ganz im Körper wieder verbinden kann mit der Erde, über die Schwerkraft zum Beispiel. Eine wunderbare, liebevolle Kraft von Mutter Erde. Das ist Teil davon, Bewusstseinsarbeit. Aber das Thema wird dann immer sehr schnell, dass es nicht so leicht geht, um wieder ganz mit deinem Seelewesen im Körper zu kommen. Weil wir haben alle als Kind und bei vielen schon in der Gebärmutter Traumas erlebt. Und was heißt das Traumas? Das sind schmerzvolle Erfahrungen. Die lieblose Erfahrungen, die uns getrennt haben aus der Liebe. Und das tut weh. Und diesen Schmerz, all diesen Traumas, kleinere und größere, die verursachen, dass wir zu machen, dass wir immer mehr zu machen in uns. Und das, was wir zu machen, da kommt ein Aufkleber drauf. Und das will ich nie mehr fühlen. Nie mehr. Weil es war zu schmerzhaft. Und das kann schon in der Gebärmutter geschehen. Diese Geschichten habe ich oft auch erlebt und gehört von bei Leuten. Und auch von mir selber kenne ich da Erinnerungen. Und man macht als Kind ganz viel zu, mit diesen Erfahrungen, wo man das Gefühl hat, es ist nicht in der Liebe. Und so macht man immer mehr zu. Und es wird alles abgespeichert im Körper. Das zumachen wird. Und da entstehen Blockaden. Und durch die Blockaden hat die Seele weniger Platz im Körper. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass es gibt viele Leute, die psychische oder körperliche Vergewaltigungen erleben als Kind. Und die sexuelle Vergewaltigungen sind in Gang und Geben. Es ist unglaublich, wie viel von die tausend Menschen, die bei mir im Seminar gewesen sind, wie viele Frauen davon erzählt haben. Speziell Frauen. Unfassbar. Und was man da oft sieht, ist, dass wenn man eine Vergewaltigung erlebt hat, das gilt übrigens auch für psychische Vergewaltigungen, dass so viel zugemacht wird in ein Kind, so viel zugeht, dass sogar die Erinnerung, es wird alles ausgeblendet, die Erinnerung wird ausgelöscht oder wird verborgen. Es ist nicht ganz weg, es ist irgendwo abgespeichert noch. Aber das bedeutet, dass es so viel zugeht im Energiesystem, im Körper, in der Mensch, dass die Seele keinen Raum mehr hat im Körper. Die Seele ist dann noch irgendwie verbunden mit dem Körper, aber nicht wirklich in dem Körper. Und das sieht man sehr oft. Es ist eigentlich so, dass unsere Seelewesen, wie ich sagte, sehnt sich danach, sich auszudrücken, aber die muss dann auch einen freien Körper, einen leeren Raum da finden. Und die findet keinen leeren Raum, weil die ist alles voll mit Programmierten oder Blockaden, die da sind und die es unmöglich machen. Und das hat mich immer wieder tiefer in meiner Arbeit, ich bin vor 35 Jahren angefangen, aber durch meine eigene Entwicklung ist die Arbeit immer tiefer geworden und mittlerweile kann ich da sehr tief Dinge auf den Punkt bringen, dass man nicht darum herum kommt, um diese Blockaden anzuschauen, willkommen zu heißen, sie aufzulösen auf diese Art und Weise. Wenn man wirklich sich selbst wieder verwirklichen will, Selbstermächtigung, Selbstliebe, in die Selbstliebe kommen möchte, dann geht kein Weg dran vorbei. Das, was man damals nicht mehr fühlen wollte, aufgelebt, nie mehr fühlen, es muss wieder gefühlt werden und im Herzen angenommen. Erst dann kann wirklich Heilung geschehen, Erlösung geschehen, Befreiung geschehen. Ist das so eine Art Reinigungsprozess von den Schattenaspekten, die man erlebt hat, wenn du eine solche Blockade gelöst hast? Ja, so kann man es auch nennen. All das, was man zumacht, schmerzhafte Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, die sind im Dunkeln, im Unterbewusstsein. Und die wirken zwar in unserem Alltäglichen durch, aber wir wissen nicht mehr, warum. Dinge in unserem Leben geschehen, weil wir haben so viel im Schattenbereich begraben. Und wenn man diese Arbeit macht, worüber ich gerade spreche, dann ist es natürlich klar, dass diese Schatten kommen. Und da wird Licht drauf gebracht. Und so ist es eine reinigende Arbeit. Aufräume von alles, was man zugemacht hat. Ja. Und Aufräume von allen Schmerzen, die man noch mit sich herumträgt. Und das ist viel mehr und viel tiefer sitzt das, das die meisten Menschen verwahrhaben wollen. Und das ist in der ganzen Menschheit so. Ist das nicht oft auch ein sehr schwerer Prozess, wenn du also von dem Thema Missbrauch, Gewalt, sexueller Gewalt, psychischer Gewalt sprichst? Ja. Es hat ja fast was von einer Schutzfunktion, das wegzudrängen. Wenn da jetzt wieder Licht draufkommt, das ist ja sicherlich gar nicht so einfach für die Opfer, für die Betroffenen. Ja. Aber wenn die Menschen zu mir kommen im Seminar oder zu jemand anderem Heile finden, dann ist da in jedem Fall eine bestimmte Bereitschaft hat sich entwickelt. Ja. Da ist eine bestimmte Offenheit geschehen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, dass da eine Bereitschaft ist. Und dann geht es darum, für mich die Menschen deutlich zu machen, toll, dass du diese Bereitschaft hast, um jetzt mal hinzuschauen, warum kannst du noch nicht wirklich in die Selbstliebe kommen oder dich selbst wirklich entfalten, erfüllendes Leben auch erleben dadurch und frei sein, frei fühlen, weil du noch nicht hingeschaut hast, was damals du alles weggesteckt hast. Und ich sage dann immer, als Kind, als kleines Kind ist man ausgeliefert, man ist aufgeliefert an die Erwachsenen um sich herum, die Eltern und so weiter. Man ist in einem Opferdasein. Aber so klein wie man ist, du machst selber zu. Das kleine Kind macht zu. Die findet heraus, ich muss zu machen, weil das ist nicht gewünscht, wenn ich jetzt schreie oder so. Mach zu. So, du hast es selber gemacht. Du hast dich selber zugemacht. Das bedeutet, die frohe Botschafterin, du kannst es auch selber wieder öffnen. So, es ist eigentlich die Arbeit, die in Seminaren geschieht, ist, die Menschen dazu auffordern und bewusst davon zu machen, zu unterstützen, in die Selbstheilung zu kommen. Ich sehe mich, ich sage oft, als Musiker, Künstler sage ich, ich sehe mich erst in erster Instanz als Heiler. Und was meine ich damit ist, als jemand, die die Räume schafft, und bewusst macht, wo Menschen sich selbst heilen können, die Räume dafür schaffen, einen offenen Raum, einen geschützten Raum, einen geschützten Rahmen zu schaffen. Und das ist in meinem Seminar dann auch ein sehr geschützter Rahmen. Und ich lade die Menschen dann auch wirklich ein, um sich ganz zu öffnen. Und ja, weil ich sage, Bereitschaft ist das eine, aber es verlangt auch deine Verbindlichkeit, um wirklich tiefer in dir auch wirklich zuzulassen, was da noch alles verborgen ist, das mal zu öffnen. Ja, da habe ich so meinen Weg, wie ich die Menschen dabei begleiten kann, dass das dann auch passiert. Du hast die Eltern, die Rolle der Eltern angesprochen. Bevor wir das tun, Michael, darf ich noch vielleicht doch nochmal über die Erdung sprechen. Weil wir haben über das Verbinden mit Mutter Erde gesprochen. Ja, ja, ja. Und das ist nämlich so, ich habe das für mich entdeckt als so ein wichtiger Aspekt in der Arbeit, Heilarbeit, dass diesen, weil wir haben gerade gesprochen über Traumas und alle möglichen Sachen, die nicht leicht sind, um wieder zu fühlen und anzuschauen. Und dafür braucht es dann auch einen Körper, der geerdet da ist, der das halten kann. Und es ist alles zugegangen durch Traumas, schmerzvolle Erlebnisse, die ich gehabt habe als Kind. Aber, und dadurch sind wir nicht mehr so geerdet. So, was ich dann am Anfang in meiner Arbeit oder immer wieder tue mit Musik, bringe ich Leichtigkeit auf drin. Und ich lasse die Menschen erden, stampen auf dem Boden, in verschiedenen Tanzformen, sehr frei in Bewegung. Und sich im Körper zu fühlen und sich zu öffnen, im Körper auch mit Klang zu öffnen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das schafft die Bedingung, dass da ein Körper, dass man wieder versteht, wie es ist, um geerdet zu stehen, breit zu stehen, lockere Knien, geerdet zu stehen. Und so wie manche Kulturen auch tagelang, nächtelang, wenn da Trauer zur Arbeit ist, geweint wird, geschrien wird durch die Frauen, geschrien und geweint, weil es so heilsam ist und dass es sehr effektive Weise ist, um schnell zu heilen. Genau. Und ich sage immer, Wut ist so eine wunderbare Naturkraft. Weil Wut, Tiere zeigen uns das auch, Wut ist dafür da, Wut will eigentlich sagen, lass mich frei, lass los, lass mich sein. Ich will sein, wer ich bin. Das ist eigentlich, was Wut tut. Und wenn man unterdrückt wird und nicht erlaubt wird, dann ist die Wut da. Also ich lade die Leute ein, dann auch, lass deine Wut zu, lass diesen Schrei raus. Und das ist dann, ich sage mal, ist sehr schwierig für Menschen, weil das ist so programmiert hier, bloß nicht. Und das ist alles kontrolliert hier, gib die Kontrolle auf und lass das mal kommen. Und das Interessante ist, wenn man, wenn das sehr oft so ist, dass man Menschen dann, ich sage dann, steig geerdet und Kraft im Körper, Kraft im Körper bringen und dann schreien, dann den Schrei rauslassen. Und viele haben enorm viel Angst dafür, aber wenn sie durch diese Angst hindurchgehen und das zulassen, dann ist da ein enormer Schrei, schreien, und danach so eine Erleichterung und Lachen oft und Befreude. Befreiung. Befreiung und plötzlich fühlen sie sich selber wieder. Weil in dieser unterdrückte Wut liegt so viel Lebensanergie, die auf uns wartet, die wir unterdrückt hatten. Weil alles, was wir zumachen, all diese kleinen Dinge, die wir zumachen, kleine und größere Traumas, in all das steckt Lebensenergie. Ein Lebensenergiefluss. Und die steht uns nicht mehr zur Verfügung für unser Leben. Und wenn das wieder befreit wird, dann fühlen wir plötzlich so viel Leben wieder in uns im Fluss kommen. Und das ist immer sehr, sehr schön, in so schwer die Arbeit manchmal ist, um die Traumas anzuschauen. Und diese Themen, die da alle sind. Aber es ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, um wirklich in sich frei zu werden. Das auch über den Körper zu erlösen. Es geht nicht ohne den Körper. Und das ist, was ich sehe, dass viel versucht wird oder behauptet wird, mit Visualisierungsarbeit, Meditation und alles mögliche, mentale Arbeit. Mental Arbeit, auch um sich selber zu ermächtigen, das kann in jedem Fall sehr hilfreich sein. Aber es muss letztendlich über den Körper und über den Fühlen. Und Musik und Klang und Tanz sind dann natürlich dann sehr schöne Instrumente und Möglichkeiten, diese Dinge auch umzusetzen und auszusetzen. Wir waren stehen geblieben kurz bei der Rolle der Eltern, die ja für viele nicht eine einfache Geschichte ist. Für viele ist das okay, aber es gibt ja durchaus auch sehr viele Schicksale, bei denen die Eltern die Selbstfindung, die Selbstentfaltung, das Entwickeln der eigenen Authentizität eher Behinderten gefördert haben. Ja, das ist natürlich das heiße Thema, aber das große Thema, und für alle Menschen. Und ich habe für mich herausgefunden, durch alle meine Erfahrungen, dass man nicht effektiver arbeiten kann, um in die Selbstliebe, in die Selbstermächtigung zu kommen, zu heilen, Transformationsarbeit zu machen, als direkt zu deinen Eltern zurückzugehen. Was war damals als Kind, als kleines Kind und was ist jetzt, was fühlst du jetzt noch mit deinen Eltern? Und die zwei Aspekte, was war damals und was ist jetzt mit deinen Eltern? Daran kann man so viel ablesen, wo die Themen sind und wo die Bereiche sind, die noch blockiert sind in einem Mensch. So, das Elternthema hat einen sehr großen Platz in meiner Arbeit bekommen, auch mit sehr viel Achtung und Demut. Die Beziehung Eltern-Kinder und die Familienbeziehungen, wie große Auswirkungen, tiefe Auswirkungen, die auf unserem Leben haben. Ich möchte gerne eine meiner tiefsten Lebenserfahrungen mit euch teilen, weil ich das Gefühl habe, dass es uns alle angeht. Und das ist, dass wenn wir dauerhaftes Glück, dauerhafte innere Frieden in uns erlangen möchten, dann geht kein Weg daran vorbei, uns in tiefster Demut zu verneigen für unsere Eltern und sie die Anerkennung entgegenzubringen, worauf sie ein Recht haben. Das ist ein Grundgesetz der Liebe für uns Menschen, der ganz viel in Ordnung bringen kann in unserem Leben, ganz viel in der Liebe und in der Harmonie bringen kann für uns, in uns. Und es macht auch nicht aus, ob unsere Älteren noch leben oder nicht mehr leben. Es ist nie zu spät. Und in diesem Sinne habe ich diesen Text geschrieben. Mama, Papa, ich verneige mich für euch in unendlicher Dankbarkeit, für den göttlichen Akt der Liebe mir das Leben zu schenken, mit allem, was dazugehört. Damit habt ihr eure Aufgabe als meine Eltern erfüllt. Ich hatte mir vieles anderes gewünscht, doch ich kann jetzt in allem und allem, was war, eure Liebe in göttlichem Sinne erkennen und euch dafür danken. Auch wenn es wehgetan hat. Es hat mich zu der Person wachsen lassen, die ich jetzt bin. Ich verneige mich für eurem Schicksal und eurem Leben. Ich verneige mich für euch als euer Kind. Ihr seid die Großen und ich bin der Kleine. Ihr gibt und ich nehme. Durch euch und eure Vorahnen fließt die göttliche Lebenskraft zu mir und durch mich. Mama, Papa, euch zu Ehre mache ich was aus meinem Leben. Mama, Papa, dieses Lied singen, spielen und tanzen wir für euch und zu Ehre alle Eltern und Großeltern dieser Welt. Wir verneigen uns vor dem größten Geschenk aller Geschenke, das Leben, das durch euch zu uns fließt. Lied singen. Lied singen. Lied singen. Lied singen. Amen. O Masala Shaomalegi O Masala Shaomalegi O Masala Shaomalegi O Masala Shaomalegi Und das Ding ist, dass es einfach so, dass wir so sehr beeinflusst werden von unseren Eltern. Als kleines Kind sind wir so offen. Wir fühlen alles von unseren Eltern, auch was die Eltern versuchen zu verdrängen. All die verdrängten Gefühle bei den Eltern kommen an bei das Kind. Und das Kind übernimmt es und geht damit ins Leben. Und so wird es zur nächsten Generation weitergegeben. Bis einer kommt und die dann zum Beispiel im Seminar sagt, ich möchte jetzt wirklich das alles auflösen. Und darum ist diese Arbeit mit Eltern ein sehr wichtiger Aspekt in meiner Arbeit. Und ich führe die Menschen dann auch zurück in die Erinnerung. Oder mach sie bewusst, frag sie bewusst, was ist alles von deinen Eltern. Und ist dir bewusst, wie sehr du noch immer das Leben von deinen Eltern lebst und nicht dein eigenes Leben. Und das ist oft viel mehr, als das man für Liebhabende möchte. Ja, ja. Und das Interessante ist, dass gerade in Familien, wo sogenannte harmonische, manche sagen dann zu mir, ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Meine Eltern haben mich unterstützt und so weiter. Aber auch da, da geht es dann meistens sehr unsichtbar unter den Teppich durch. Dinge, verdrängte Dinge, die nicht erlöst sind, die kommen dann trotzdem bei das Kind an. Unter die Harmonie durch. Und da sind dann auch oft dann doch schwerere Themen, wo die Menschen dann überrascht sind, wie tief das doch gehen kann. So die Eltern, wir tragen alle ein Päckchen von den Eltern. Das wird weitergegeben. Und das Päckchen, das beinhaltet das, was nicht erlöst wurde. Das, was unterdrückt wurde und im Unterbewusstsein, das wird dann der nächsten Generation weitergegeben. Bis es hochkommt. Und das ist irgendwie ein Naturgesetz. Das ist ein göttliches Gesetz für uns Menschen. Dass alles, was wir verdrängen, das will, sucht einen Weg zur Erlösung. Sucht einen Weg in der Liebe. Unbedingt. Und manchmal dann über Krankheiten, schwere Krankheiten, schwere Krisen im Leben. Und unsere Seele sucht auch immer nach diesem Liebesweg und die Entfaltung, dass sie sich entfalten kann, den Weg zur Harmonie und Liebe. Und dann manchmal über Krankheiten und Krisen und so weiter. Weil wir so viel Widerstand haben oder nicht mehr bewusst haben, wie viel Widerstand wir noch in uns tragen. Und du hast ja bei dem, das was du auch so eindrucksvoll schilderst, dieses Ambivalente. Du hast das Päckchen, was wir mit auf den Weg bekommen haben, die Dinge, wo wir zugemacht haben, die wir nur gedrückt haben. Das ist das eine. Das andere ist der Aspekt auch der Dankbarkeit, der Aspekt der Demut. Denn wir beide säßen jetzt nicht hier, würden uns unterhalten, wenn es unsere jeweiligen Eltern nicht gegeben hätte. Also es ist beides. Es ist das in die eigene Kraft, in das eigene Leben kommen, nicht das zu leben, was die Eltern sich vorgestellt haben. Andererseits aber auch der Respekt, die Dankbarkeit, dass wir das können, weil wir sonst nicht da wären. Ja, weil die tiefste Wahrheit zwischen Eltern und Kindern ist, diese Liebe, die da fließt, die ist so unendlich groß. Die ist nicht aussprechbar groß. Das empfinde ich oft in meiner Arbeit, wenn man dann Themen anrührt und sehr tief da reinkommt. Und wie tief die Liebe ist, die unter all diesen schmerzvollen Erlebnissen ist. Alle Eltern haben so eine tiefe Liebe zu dem Kind und umgekehrt auch. Und das wird dann oft, wenn man diese Sachen auflöst, die Verstrickungen auflöst und klärt und bereinigt. Das ist, was dann wieder frei wird, wie viel Liebe da fließt und fließen darf zwischen uns und unseren Eltern. Und das bringt natürlich dann auch, aber das verlangt dann schon diese Heilarbeit für viele, um wieder in diese Dankbarkeit kommen zu können. Von Mama, Papa, danke, dass du mir das Leben geschenkt hast, das größte Geschenk, was man bekommen kann als Mensch. Und es hat euch viel gekostet. Es hat die Eltern viel gekostet, um dir das Leben zu geben. Und das können wir oft erst wirklich aufbringen, nicht aus dem Kopf von ich verzeihe und ich verstehe schon, warum meine Eltern so waren. Nein, aber wirklich aus dem Fühlen, aus dem tiefen Fühlen wieder frei sein, in den Liebesfluss mit deinen Eltern zu kommen. Weil dann kann auch diesen Segen von deinen Eltern zu dir fließen. Es ist so eine natürliche Sache zwischen Eltern und Kind. Die Eltern warten irgendwie unbewusst darauf, dass sie die Ehre bekommen, gedankt werden, das Leben gegeben zu haben. Und die Kinder brauchen den Segen. Genau. Und die Kinder können dann erst frei in diesem freien Liebesfluss den Segen bekommen für ihr Leben. Und dann stehen Vater und Mutter, für den Mann eher der Vater, die stehen hinter einem. Und dann die Ahnereien, die wieder angebunden werden. Und ich habe dann schon so oft erlebt, dass wir Aufstellungsarbeit gemacht haben. Teil von meiner Arbeit ist manchmal auch Aufstellungsarbeit. Und dass man dann die Ahnen aufstellt und dass plötzlich, wenn hier was geheilt wird, geklärt wird mit den Eltern, dass die ganze Ahnenreihe plötzlich aufleuchtet und erleichtert ist. Endlich hat mal jemand in diesem Generationsrat durchbrochen und hat den Schritt gemacht, das zu heilen, das anzuschauen, das wirklich im Licht der Liebe zu bringen. Und in diesem Sinne ist es für mich gigantisch, diese Liebe, wie die Liebe für uns Menschen, die göttliche Liebe für uns Menschen wirkt, von Eltern, Ahnenreihen, dass man die Ahnen hinter sich hat. Und damit arbeite ich dann bewusst, um die Menschen da auch bewusst davon zu machen. Jetzt ist sicherlich ein Thema, was auch immer eine große Rolle spielt, wenn es um Blockaden, um zumachen geht, das Thema Angst. Ist das auch eine Erfahrung, die du machst und wie gehst du damit in deinen Seminaren um? Alles, was wir jetzt besprochen haben, warum es schwierig ist, manchmal, du hast gesagt, es kann doch schwierig sein, was es so schwer macht, ist die Angst, das Thema Angst. Und das ist ein riesen Thema in unserer Gesellschaft und in uns Menschen. Es ist nämlich nicht die Angst an sich, es ist Angst vor der Angst. Und so wie ich das auch von anderen großen Lehrer gelesen habe, die meisten Menschen haben Angst vor der Angst. Und ich denke, dass es nur um Angst geht, es geht um Angst vor der Angst. Und das möchte ich ein bisschen erklären, die meisten, wir kennen das schon, die meisten haben aber Angst, um in der Angst zu gehen. Um die Angst überhaupt zu begegnen, weil Angst ist so, alles ist so sehr verhaftet mit Angst. Das ist, weil wir in der Menschheit, wenn wir Menschen schmerzvolle Erfahrungen machen, bedrohende Erfahrungen, als kleines Kind kann sehr viel bedrohend sein und schmerzhaft, dann erzeugt das erstmal auch Angst. Aber wir haben gelernt, um mit unserem Geist da ganz viele Geschichten draus zu machen. Wir kreieren so viele Geschichten, um was alles noch passieren könnte. Und wenn ich einmal das erlebt habe, ja, am nächsten Tag kann es wieder passieren und dann wieder. So, wir kreieren enorme Welten draus, die mit Angst besetzt sind, die eigentlich nichts mehr mit der ursprünglichen Angst zu tun haben. So, was ich immer am Anfang von meinen Seminaren, die Menschen bewusst mache, ist, dass das größte Problem wird sein, um wirklich tief in dir selbst all diese Themen anzuschauen und wirklich anzunehmen. Du wirst konfrontiert mit der Tür von Angst, du wirst mit deiner Angst konfrontiert und die wird dir nicht erlauben, da hinzuschauen, hinzufühlen. Weil es ist so angstbesetzt. Und ich sage dann, dort wo deine tiefsten Ängste sind, dahinter verbergen sich deine größten Schätze. Also ein Tor zum Erwachen. Ja. Also du musst durch diese Türe der Angst durchgehen. Ja. Wenn du wirklich in die Freiheit mit dir selbst kommen willst, in die vollkommene Selbstliebe und das ist, was letztendlich Erwachtsein auch ist, erwacht zu einem Teil des großen Ganzen zu sein, ja. Und dass mein Seelenwesen sich ausdrücken darf. Den Weg dahin geht über die Angst. Und das ist ein Tor, das viele Menschen nicht erkennen oder unterschätzt wird. Und da ist so viel Angst, nur wenn ich das sage, da ist schon dann eine Distanz nehmend. Aber das ist gerade das Ding, was Angst ist. Angst ist, dass man sich entfernt, sich entfernen, sich trennen. Und eigentlich geht es darum, sich mit der Angst in Verbindung zu stellen. Sobald man sich verbindet mit seiner Angst, und das ist, was sich dann die Leute auch sagen, wenn du Angst fühlst, lauf nicht mehr weg. Wird still und fühl die Angst in dir. Und sei mit der Angst. Eckart Tolle erklärt das auch wunderbar in seinen Büchern, in dem Buch »Die neue Erde« zum Beispiel. Wenn du Bewusstsein dahin bringst, zu dem, wofür du jetzt, wenn du Angst fühlst, und wenn du still wirst damit, dann wird etwas geschehen, was du noch nicht kennst. Aber was tun wir? Wir laufen meistens schon vorher wieder weg. Wir sind alle Weltmeister geworden, um uns abzulenken, wenn es unbequem wird. Weil es ist erstmal unbequem, in die Angst zu gehen. Und wir leben in einer Welt, die sucht die Bequemlichkeit. So, wir sind trainiert worden, in die Bequemlichkeit bleiben zu wollen. Und darum haben wir uns auch trainiert, wenn da Angst ist, schnell wieder davon wegzukommen, uns abzulenken, oder es zu verschöneren, etwas zu verändern, damit ich die Angst nicht mehr fühlen muss. Und ich sage, ich kenne das aus eigener Erfahrung, geh in der Angst, sei mit der Angst und werde eins mit dieser Angst. Und wenn du das im Bewusstsein tust und still wirst, dann ist es meistens so, die Angst löst dich so auf. Also es ist nur eine Lesion. Es ist alles im Kopf. Und dann löst es sich auf. Und dann geht eine Tür auf. Und ja, da können dann Schmerzen hochkommen. Oder es kann eine Tür sein, dass plötzlich, boah, Dinge fangen an sich zu öffnen in mir. Also eine Transformation muss dann stattfinden. Die findet dann meistens statt, aber ich kann das niemand versprechen, weil es ist für jeden anders. Es hängt von jedem eben ab, wo er gerade ist in seiner Entwicklung. Aber in jedem Fall, die Angst ist das Tor und ist das Thema, was uns oft davon abheilt, um wirklich tief in diese Heilung zu kommen. Und das ist natürlich, weil wir erzogen sind und Produkt sind von einer Gesellschaft, wo Angst überall geschürt wird. Und Angst über die großen Medien, auch die Menschen in Angst versucht zu halten. Und es wird dir ja nicht nur die Angst antrainiert und geschürt. Die sind ja dann dieselben, die das tun, die dann auch die Lösungen in Anführungsstrichen anbieten. Die Priester, die Politiker, die sogenannten Experten, die dann sagen, ja, da sollte man Angst haben, aber ich weiß den Weg da raus. Das ist dann gleich auch der Einstieg in die Manipulation. Und deswegen ist Angst für das alte System auch so wichtig. Ja, genau. Weil nur solange die Menschen in Angst sind und Angst vor der Angst haben, sind sie manipulierbar. Ja, klar. Und wenn du da durchgegangen bist, letztendlich, wenn du wirklich da immer wieder durchgegangen bist, in meinem Weg musst du immer wieder noch tiefer, noch tiefer. Ich habe für nichts mehr Angst. Und dann ist man auch nicht mehr manipulierbar. Dann ist man frei. Ja, dann wird man frei, ist man frei. Und man fängt dann an, sein Leben zu widmen an das, was man fühlt und glaubt. Und das, was du machst, eine neue Vision für diese Welt. Und was ich auf meiner Art tue, und das ist natürlich nicht gewollt. Und in diesem Sinne wird an alle Seiten versucht, die Menschen in dieser Abhängigkeit von Priester, von Politikern, von dem Geldsystem in die Abhängigkeit zu halten. Du machst, letzte Frage, Seminare ganz weit weg, nämlich auf Bali. Wie kam das zustande? Ist da das Umfeld, die Atmosphäre eine besondere, sodass das, was du mit deinen Seminaren, mit dem Tanz, mit der Musik in der Kombination anbietest, besonders gut dort funktioniert? Oder wie kam das? Ich mache das schon zwölf Jahre. Jeden Sommer mache ich dann zwei Retreats, zehn Tage Seminaren, wirklich zehn Tage jeden Tag. Jeden Tag so fünf, sechs Stunden. Die Menschen in einem wunderbaren Zentrum, Gai Oasis, an der Nordküste auf Bali, am Meer, am Strand. Und ich bin da hingeführt worden. Irgendwann wurde ich gefragt, wirst du nicht mal dort bei uns ein Seminar geben, einer von den Leuten, die da lebte. Und dann habe ich da mal gesehen, im Internet, wow, das ist toll, und die Vision nach hinten, genau mein Ding. Und ja, ich bin da hingeführt worden in diesem Leben. Ich wollte immer schon in den Urlaub nach Bali gehen. Und dann bin ich da gekommen und erst mit einer ganz kleinen Gruppe und dann hat sich das über die Jahre immer vergrößert und dann zwei Gruppen. Und ja, das ist mittlerweile jedes Jahr voll, die Gruppen, weil viele haben da, es ist magisch, auch etwas magisches, Bali, und dann noch verbunden mit Seminararbeit, Essenz der Seele, in seine wirkliche Kraft zu kommen. Und das ist auch etwas ganz Besonderes da. Man ist an der anderen Seite von der Erde und Bali wird oft auch das Herz, das Herzchakra von der Erde genannt. Und da ist eine ganz andere Schwingung, ganz anderes Lebensgefühl, sehr viel Herzenergie in den Menschen auch. Und man kommt da sofort in ein ganz anderes Lebensgefühl, die einlädt auch für uns, für uns aus dem Westen kommen, ist es nur das schon heilsam. Ja. Und da ist ein bisschen Natur da. Und das ist sehr transformierend für die meisten Menschen. Und viele kommen da mit einer ganz neuen Kraft, gehen von dort weg, um ihr Leben zu ändern und neue Wege zu gehen. Klingt fantastisch. Also man sollte das vielleicht wirklich einfach mal ausprobieren. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Ein ganz anderer Aspekt deiner Arbeit, deiner Persönlichkeit, neben der draußen ja bekannten Tätigkeit als Musiker. Musiker, aber ein Aspekt, der eine ganz besondere Harmonie auch darstellt zwischen dem, was du als Künstler, als Musiker, als Bühnenkünstler auf der einen Seite machst und dann auch als Coach, Trainer, Therapeut, wie immer man das nennen will. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.sommeren.de ein. Und ich will noch auf ein paar Informationen hinweisen. Wir haben am Schluss dieses ganz besondere Seminar Essenz der Seele auf Bali angesprochen. Hier gibt es eine Reportage, eine DVD, die sich mit diesem Seminar befasst. Das Zweite ist wieder eine DVD, der gelebte Traum, die Verwirklichung einer Vision, ein quasi Making-of einer Bühnenshow. Aber das ist vielleicht günstiger, wenn du einfach noch ein Wort zu dieser ganz besonderen DVD sagst. Ja, diese DVD haben wir gemacht. Mit vielen Hintergründen zeigen wir, wie dieses große Bühnenkunstwerk zustande gekommen ist, wie ich das als Vision auch umgesetzt habe und wie ich dazu gekommen bin. Und dann auch viele Hintergründe, wie mein Leben so gelaufen ist, um dazu zu kommen, meine eigenen Herzensträume zu verwirklichen. Und wir haben es so zusammengestellt mit vielen schönen, inspirativen Texten auch von bestimmten Menschen, dass es inspirierend für die Menschen wirkt, aufmuntert die Menschen, ihre Herzensträume zu verwirklichen. Da geht es um die künstlerische Arbeit und die Musik natürlich und eine CD, die sich mit Meditation, meditativen Musik befasst und die ebenfalls auf der Internetseite natürlich zu beziehen ist. Sie findet dort die Informationen über das umfangreiche CD Schaffende, es sind über 30 CDs, die Lex in den vielen Jahren inzwischen produziert hat, über die DVDs und natürlich das Seminarangebot. Und wer im kommenden Sommer Lust auf eine ganz besondere Seminarveranstaltung auf Bali in einer herrlichen Umgebung hat, einfach anmelden und einfach mal ausprobieren. In diesem Sinne, wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.